Warum sollte man tief durchatmen? Tiefes Durchatmen beeinflusst positiv unsere Gesundheit. Denn jeder Atemzug gibt uns neue Energie. Am Tag atmen wir ganz nebenbei etwa 10.000 Liter Luft ein und aus. Das sind ohne besondere Anstrengung etwa 8 Liter in der Minute. Beim Sport können es sogar 40 bis 100 Liter werden. Zuständiges Organ für die Atmung ist die Lunge. In den 300 Millionen Lungenbläschen findet der eigentliche Gasaustausch statt. Dabei wird eingeatmeter Sauerstoff ins Blut des Lungenkreislaufs aufgenommen, ins Gewebe transportiert und verbraucht. Es entsteht Kohlendioxid, das über das Blut zurück zur Lunge transportiert und von dort ausgeatmet wird. Die Sauerstoffaufnahme ist bei einer tiefen Atmung in Brust, Flanken und Bauch höher als bei einer flachen, reinen Brustatmung. Tiefes Einatmen wirkt aktivierend und langes Ausatmen entspannend. Diese bewusste Atmung reduziert Stress und senkt den Blutdruck. Auch beim Gähnen holen wir richtig Tiefluft für neue Energie. Untertitelung des ZDF für funk, 2017